Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Unsere Wurzeln bei AluVision liegen im Messebau. Die beiden Gründer, Ann und Dirk, sind selber Messebauer gewesen und wollten ein modulares Messebausystem haben, das am besten wiederverwertbar ist und das viele flexible Möglichkeiten anbietet. Und somit ist man dazu gekommen, dass man gesagt hat, okay, es ist nicht das passende System auf dem Markt, ich entwickle mein eigenes System. Und das ist so ein bisschen die Geburtsstunde von AluVision gewesen, dass man angefangen hat, sich sein eigenes System aus Aluminium zu bauen. Das ganze Thema mit dem Holz, dass das alles weggeworfen wird, dass es nicht wirklich nachhaltig ist, wenn man mal Messeplätze danach gesehen hat, das war so nicht tragbar. Und auch was die Kostenstruktur betrifft, macht Aluminium auf lange Sicht einfach sehr viel mehr Sinn, weil es wiederverwendbar ist. Warum sollte sich ein Kunde für AluVision entscheiden? Ich bin davon überzeugt, dass AluVision das beste System ist, das es derzeit auf dem Markt gibt. Es ist leicht, es ist schnell aufzubauen, es ist wiederverwertbar und es ist modular. Also es bietet mir extrem hohe Flexibilität, sei es, ob ich Plattenmaterialien verwenden will, ob ich Stoff verwenden möchte, ob meine Rückwände leuchten sollen, ob ich LEDs integrieren möchte. Kein anderes System schafft es so gut, diese verschiedenen Spielarten, diese verschiedenen Materialien in ein System, in einen Auftritt zu vereinen, wie das Alu wischen kann.